Herzlich willkommen zu den aktuellen Nachrichten aus dem Burgenlandkreis bei Ihrem Lokalsender BLK-TV am Montag, den 22. Juli. Und hier die aktuellen Meldungen. Das Polizeirevier des Burgenlandkreises meldet, dass der Fahrer eines Pkw in der letzten Woche im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Weißenfelser Tagewerben der Straße kontrolliert wurde. Auf Nachfrage legte er einen bulgarischen Führerschein vor. Bei der Überprüfung des Führerscheins stellte sich heraus, dass dieses Dokument zur Verhandlung mit dem Ziel der Einziehung ausgeschrieben war. Außerdem besteht gegen den Fahrer ein Fahrverbot in Deutschland. Die Zahl an Verkehrsteilnehmern, die unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug steuern, nimmt auch im Burgenlandkreis immer weiter zu. Am Samstagnachmittag wurde ein 52-jähriger Autofahrer auf der B91 auf Höhe Theissen in Fahrtrichtung Nauendorf angehalten und kontrolliert. Wie sich herausstellte, stand er unter dem Einfluss von Drogen. Dies wurde durch einen Drogenschnelltest deutlich. Eine 40-jährige Autofahrerin wurde am Samstag in Teuchern angehalten und kontrolliert. Auch bei ihr verlief der durchgeführte Drogenschnelltest positiv. Am vergangenen Freitagabend kam es in der Kleiner Straße in Zeitz zu einer Auseinandersetzung. Ein 26-Jähriger forderte einen 58-jährigen Imbissbesitzer auf, ihm nach Ladenschluss noch etwas zu verkaufen. Der Mann klopfte unter anderem gegen die heruntergelassene Jalousie des Imbissladens und ignorierte die Erklärung des Besitzers, dass der Laden nun geschlossen sei. Nachdem der Imbissbesitzer den Laden verließ, wurde er körperlich vom Angreifer attackiert. Der Imbissbesitzer wurde verletzt. Es stellte sich heraus, dass der Angreifer erheblich alkoholisiert war. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. In der Weißenfelser Straßenverkehrsbehörde können am 25. Juli aufgrund eines personellen Einpasses nur bis 14 Uhr Bewohner- und Sonderparkausweise beantragt werden. Schriftliche Anträge können aber während der gesamten Geschäftszeit abgegeben werden. Nach vorheriger telefonischer Absprache ist es zudem möglich, bereits vorbereitete Ausweise bei den Mitarbeitern der örtlichen Straßenverkehrsbehörde abzuholen. Die Eisenbahnbrücke am Felsenkeller im Weißenfelser Ortsteil Burgwerpen wird abgerissen. Dies teilte die Deutsche Bahn mit. Die Arbeiten an der Brücke dauern voraussichtlich bis 24. Juli. Bis dahin soll eine Behelfsbrücke erbaut werden, die als Vorbereitung für den geplanten Brückenbau dient. Zu einer Bürgerinformation zum Neubau der großen Saalebrücke lädt das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt am 23. Juli um 18 Uhr ins Weißenfelser Kulsturhaus ein. Vor Ort wird der Präsident der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Dr. Stefan Hörold, über die Pläne zum Bauvorhaben informieren. Dabei wird er auch auf die angrenzenden Straßen, Radwege und Nebenanlagen eingehen. Im September 2023 hatte die Behörde mitgeteilt, dass der Neubau der großen Saalebrücke verschoben werden muss. Der Baubeginn war ursprünglich im Jahr 2024 vorgesehen. Eigentlich hatte die IHK den Bildungsstandort am Marktplatz in Weißenfels geschlossen. Der neue Geschäftsführer des Tochterunternehmen, der IHK Halle Dessau, Michael Schrothke, revidierte die Schließung nun. Um wirtschaftlich zu arbeiten, hat das IHK Bildungszentrum seine Räume reduziert und agiert nur noch auf einer Etage im Haus am Markt 6. Dort stehen unter anderem vier Unterrichtsräume zur Verfügung. Die ersten Kurse sind schon wieder angelaufen. Ein Oberbürgermeister muss viele Dinge beherrschen. Weißenfels-OB Martin Papke hat letzte Woche zum Beispiel für die amtierende Weinprinzessin von Burgwerpen und Griechau, Elisabeth Knappe und deren Amtsvorgängerin Anna Tegtmeier, gekocht. Als Schauplatz für das besondere Dinner wählte der Oberbürgermeister die Schlossterrasse. Das Stadtoberhaupt selbst ehemaliger Hobbywinzer hat unter freiem Himmel gebratenen Fisch in der gusseisernen Pfanne für den Weinadel zubereitet. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. In unserem Bericht über die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg am vergangenen Freitag im Regionalmagazin ist es zu einer bedauerlichen Verwechslung gekommen. Bad Dürrenberg ist nicht der Ort der letzten Lager in Sachsen-Anhalt. 2027 soll eine Schau in der Lutherstadt Wittenberg und 2035 soll dann eine Bundesgartenschau in Dessau-Roslau stattfinden. Wir bitten die Verwechslung der Termine und Orte zu entschuldigen. Soweit die aktuellen Nachrichten. Jetzt geht's weiter im Programm von BLKTV, Ihrem lokalen Fernsehsender aus dem Burgenlandkreis.